Guten Tag, zurück bei Beta Gaming, wenn der Spiel weiter als dessen wird, würde ich nie. So, jetzt gehen wir, gehen wir wieder in eine Mission, um Gerichtsbeschluss zu holen. Warte doch mal rüber, rüber, rüber. Gehen wir da durch. Und noch jetzt, noch so, wenn wir die Spiel weitergehen. Au, aber, es ist falsch. alle die Du sterben doch sowieso Oh Alter sind es viele Ja immer gucke Oh Aber gucke nur was, nur der Beschlüssel Ah Voila Ola Gelegt doch, Freunde. So. Wir müssen noch weiter tun. Wir müssen noch weiter tun. Gut, Mama, weiter. So. So is das... So. So. Ich habe noch einen Topf, hier ist er. Ich habe noch einen Topf, hier ist er. Ich habe noch einen Topf, hier ist er. So alt. Ah Mist, das ist so scheiße schwer. Ich habe noch einen Topf, hier ist er. Ich bin ein Topf, hier ist er. Ich bin ein Topf. Die Arme ... Die Wohr kann, ja. Die Wohr ist der, ja. Die Wohr ist der, ja. Die Wohr ist der, ja. Das war's. Oh, schon ist die Forte. Aber wo ist die? Wo ist die? Wo ist er denn? Gehen wir mal nach oben und gucken wir, ob es durch oben was ist. Alle Frauen hier komplett rufen können. Frauen hier rufen, aber ich bin... Aber wo können wir noch... Der Beschluss sein? Wo können wir denn? Wo können wir denn? Jogende Beschlüsse Baby Jogende Beschlüsse Du wirstазne Ich bin hier einfach nicht Ich bin hier lebt hmm Ich bin hier mal der Autos Alter, wo ist denn der Faktum, wo gerügt sich mit mir? Ich denke dich, zeig dich, ich weiß, dass du da bist! Alter, wo ist denn der Faktum? Alter, wo ist denn der Faktum? Guck mal, wo ist denn der Faktum? Der Faktum, der Faktum, der Faktum! Ich hab hier alles abgeräumt! Ah! 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 Ich halte die Strafe nicht. Ja, wo ist denn der verdammte Gericht gespielt? Ja, wo ist denn das? Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, das ist ja nicht normal, oder? Wie ist denn? Alter, das ist ja nicht normal, oder? Alter, das ist ja nicht normal, oder? Achtung! Die Magen sind nicht gut. Die Magen sind nicht gut. Nein, aber es ist ein Däuger. Geh! Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ja, ich habe einen Hohen-Nummer gelegt. So ist er. Ok, dann geht's mit dem Weg. Ja. Ja. Das ist ein Nerf. Oh. Mann. Geh rein. Oh. Alter. Da. Endlich. 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 Ah. Endlich. 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 Jetzt hauen wir ab, endlich war das ein Acht Das war richtig spannend Aber, sagen wir jetzt ab, unser Peter